Heute feiern wir Dominicana, das Fest des heiligen Albertus Magnus. Nach der Fusion der beiden deutschsprachigen Dominicana-Provinzen im Januar wird er auch der offizielle Schutzpatron unserer Provinz. Pater Manuflorum schrieb über ihn, Albert widmete sich jeder Art der Seelsorge. Er stand mitten im Volk. Die Sorge um das Heil der Menschen führte ihn immer wieder hinaus aus dem Kloster. So übernahm er auch die schwierige Aufgabe eines Schiedsrichters und Friedensstifters, wie zum Beispiel in Köln zwischen dem Erzbischof und den Bürgern, und das dreimal 1252, 1258 und 1271. Entstanden sind dabei die großen Friedensurkunden genannt, der kleine oder beziehungsweise der große Schied. Albert war also ein großer Friedensstifter. Sicherlich nicht alleine, aber er hat maßgeblich dazu beigetragen. Diesen Frieden, den wir in unseren Tagen auch immer wieder sehnsüchtig erhoffen, denn unsere Welt ist brüchig geworden. Ich möchte mit Ihnen zusammen ein Gebet beten, ein Gebet von Papst Franziskus aus seiner Enzyklika Fratelli Tutti. Herr und Vater der Menschheit, Du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen. Gieße den Geist der Geschwisterlichkeit in unsere Herzen ein. Wecke in uns den Wunsch nach einer neuen Art der Begegnung, nach Dialog, Gerechtigkeit und Frieden. Sporne uns an, allerorts bessere Gesellschaften aufzubauen und eine menschenwürdigere Welt, ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt und Krieg. Gib, dass unser Herz sich allen Völkern und Nationen der Erde öffne, damit wir das Gute und Schöne erkennen, das Du in sie eingesät hast, damit wir engere Beziehungen knüpfen, vereint in der Hoffnung und in gemeinsamen Zielen. Amen. Und so rufen wir zum Abschluss Heiliger Albertus Magnus Bitte für uns.